Hallo und herzlich Willkommen, zurück zu Let's Play Harvest Moon in Your Beginning. It is Red's Day, my dudes. Wir haben Mittwoch. Das bedeutet, wir können mal zu Rebecca gehen. Oh, guck mal, war das bei ihr hier schon immer so dekoriert? Ich weiß es gar nicht. Es sieht auf jeden Fall gut aus. Sieht gerade zum ersten Mal auf und jetzt wirkt es irgendwie auch total affisch, dass hier draußen Deko ist und hier drin irgendwie auch nochmal Deko. Oh, das wird jetzt irgendwie ein bisschen überladen dadurch. Ich glaube, mit Rebecca haben wir uns jetzt ziemlich gut angefreundet, während unsere Freundschaft mit Ellen noch nicht so gut ist. Aber haben wir nicht bei Ellen inzwischen auch irgendein rotes Herz? Ha, Ellen. Ja, eigentlich müsste bei Ellen jetzt ja auch alles schön dekoriert sein. Oder? Ich weiß nicht, ab wie vielen Freundschaftspunkten das passiert. Aber dafür sind wir bei Rebecca soweit. Bei ihr sieht es jetzt ja richtig schick aus. Naja, egal. Soviel dazu erstmal. Ich belese mich da mal später. Vielleicht kommt da eine genaue Angabe. Ich möchte erstmal hier schön shoppen gehen. Buy a blueprint. Eine schwarze Bank. Eine silberne Bank. Eine goldene Bank. Backtable. Oh, das sieht aber schick aus. Wir müssen aber ein bisschen auf den Preis achten. Lavish Fontaine. Ich glaube, die brauchen wir zum Bauen. Eine Watchtower. Die brauchen wir auch. Also solche Sachen kann ich ja schon mal hier holen. Exotic Mansion. Ja, machen wir auch mal. Eine Bungalow. Ordinary House. Sollen wir uns auch mal. So, ja. Das wollen wir uns auch noch. Wie viel Geld habe ich noch? Ja, da geht noch was. Da können wir doch noch ein bisschen was kaufen. Gartenstuhl. Einen schönen Tisch. So, das reicht erstmal. Okay. Soll ich mir noch so ein bisschen hier Zeug holen? Wie zum Beispiel Western-Fanature oder so. Ich weiß nicht. Huch. Das Spiel hängt. Frendi. Naja, okay. Ganz so viel Geld habe ich jetzt auch nicht mehr. Das ist erstmal lieber. Ich kann das ja später nochmal holen, wenn ich das Geld dazu habe. Okay. Coolio. Dann können wir ja jetzt... Jetzt nehmen wir jetzt auch schick aus. Aber zum Beispiel hier bei Hannah sieht das jetzt auch noch umverändert aus. Ich muss doch mal drauf achten, wie die Leute hier ihr Zeug dekorieren. Hier sieht es noch nicht ganz so schick aus. Wie sieht es hier aus? Eigentlich auch noch nicht so besonders. Der Zaun und alles, was hier steht, ist ja von mir. Und hier bei Juri sieht es auch noch nicht so special aus. Aber ich kann, wenn ich einmal hier bin, mal gucken, was es bei ihr so für neue Kleidung gibt. An der Hand, glaube ich. Willkommen. Ja, hier. Purple Hoodie. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Apaka Young Wolf. Könnte ich sogar zusammenkriegen. Was haben wir hier? Traditioneller Farmer. Oh, das hat so etwas leicht Asiatisches. Könnte ich das irgendwie drehen? Ne, geht nicht. Äh, wo war ich denn jetzt? Äh, hier. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Wie gesagt, durch diese leichten asiatischen Vibes. Wild Farmer Nordic Style. Das gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Hm. Auch ein schönes Winteroutfit vor allem. Zufall Kjombol. Naja, ich habe leider noch keinen Zufall geschaffen. Daher kann ich das alles erst mal vergessen. Casual. Pink Jacked Dress. Nein, 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 nein. Evergreen Dress vielleicht. Hm. Uh, schick. Oh, wow. Fancy Blue Skirt. Das hat etwas sehr elitär Schulmäßiges. Weiß nicht, ob das sich jetzt wirklich als Farmerarbeit Outfit irgendwie eignet. Aber ich finde das schick. Brauche ich aber gute Lama-Wolle. Also kann es eine Weile dauern. Wow. Sogar bauchfrei. Damit bin ich ja richtig fancy. Naja, es dauert noch eine Weile, bis ich das mal zusammenkriege. Ist das eigentlich die Kleidung von Rod? Überlege ich jedes Mal, wenn ich das sehe. So. Was haben wir denn hier? Ja, das gefiel mir auch ganz gut. Was haben wir denn hier noch Neues? Hm. Ne, ist so rosa. Das finde ich auch ganz süß. White Poncho. Hm. Auch ganz nett. Uh, Casual Rock. Oh mein Gott. Das gefällt mir auch ganz gut. Sieht zwar so leicht streifend, sieht das irgendwie leicht clownmäßig leider aus. Aber an sich gefällt es mir eigentlich ganz gut. Oh, Doktor Kleidung. Oh, Ninja-mäßiges Zeug. Aber ganz viel. Oh, wieder was östliches. Aber schmackt eher so, ähm, Yukata Kimono-mäßig was. Das war es auch schon. Wir werden uns irgendwann mal auf jeden Fall einiges holen. Come again. Mal ganz kurz Hallo sagen. Okay. Alles klar. Ach ja, mir fällt auch ein. Ich habe jetzt endlich... Alles... Oh, hallo, Hina. Na, Süße. Ähm, ich habe jetzt auch endlich alle Materialien für eine bessere Angelroute zusammen. Das finde ich ziemlich nice. Mal kurz Hossa anquatschen. So. Wollte ich sagen. Wir basteln uns zwar auf jeden Fall mal eine schöne Angelroute zusammen. Ja. Machen wir hier. Blueprint. Ho, ho, ho. Ähm, Axt, Clippers, Bash. Denken wir ganz unten an. Hier ist es ja schon ein Astro. Was ist das Fähne? Wie jetzt? Ich dachte, ich hätte fünfmal Bambus. Wie jetzt? Da habe ich doch nicht alles zusammen. Ähm, nein, wisst ihr, was das bedeutet? Ich muss das Angelfest dann... Oh Gott. Ich habe auch kein Geld, um nochmal in das fernöstliche Land schnell zu reisen. Ich dachte, ich hätte genug Bambus zusammen gehabt, aber da habe ich mich anscheinend geirrt. Na gut, dann müssen wir das Angelfest mit so einer schlechten Angel versuchen, irgendwie zu überstehen. Hallo, Iroha. So, ich kann ja mal gucken, wie viele Fische wir fangen müssen für den ersten Platz. Also, bei den Insektenfests haben sie explizit geschrieben, dass es lächerlich ist, wie viel man dafür braucht. Ähm, ich gucke einfach mal ganz schnell nach. Habe ich irgendwo zufälligerweise noch Fogu offen? Natürlich nicht. Ähm, Fogu.com. Nein, ich warte nach wie vor immer noch nicht bezahlt und habe keine Partnerschaft mit der Seite. Aber es ist halt mega praktisch. Gucke ich gleich mal, wie es aussieht mit dem, ähm, Angel-Event, dass ich mir irgendwie irgendwelche, ja, Chancen schon mal ausrechnen kann. Ich muss 71 Fische gefangen haben, um den ersten Platz zu machen. Ähm, aha. Fishing-Shop ist auch gemandet. Bring crabs, shrimps and make a bank of good fish food. Ach, es gibt auch noch gutes Fischfutter. Hat er heute offen? Wartet mal. Anscheinend gibt es einen Nuschi zwischen Fischfutter und guten Fischfutter. Ähm. Different crabs and shrimps. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Wann hat denn der offen? Wednesday hat er offen. Ich hoffe nur, dass er noch offen hat, der gute. Ja, wie heißt er nochmal? Kosaboro. Der, äh, Mann von Hanna. Ähm. Gucke ich nochmal ganz kurz in den Kühlschrank. Vielleicht habe ich da ja auch noch ein bisschen was. Und wenn ich dann vielleicht was Besseres habe, kann ich vielleicht auch eher was Gutes angeln. Ich hätte jedenfalls so als Tipp, dass ich das machen sollte. Ähm. Ähm. The food will remain in the water until you leave the area. So you can use a day long to catch more fish than you around using it. If you can't have and make good fish food, you can use the storeboat fish food. Ich sollte auf jeden Fall das Bessere nehmen, aber ich weiß gerade nicht, wie lange das ein Laden offen hat. Ähm. Der move. Der move. Was haben wir denn hier als ein Fisch drin? Blaufisch. Ist irgendwie auch so... Mittencrab. Hä? Ich muss hier auch sowas benutzen. Ich weiß es nicht. Ich nehm es einfach mal mit. Soll ich mal oder so ein Squid mitnehmen? Ich hab keine Ahnung. Ich nehme auch noch hier ganz viel mit. Small Sweetfish. Irgendwelche, in Anführungszeichen, Fischreste. Oh, wie lange hat den da offen? Vielleicht bis um sechs, wenn ich Glück habe. Huiuiuiui. Ich habe schon genug, möglich, verschiedene Sachen. Nidelfisch, Shishamo. Oh, ich habe ohnehin gerade noch einiges verschiedenes dabei. Ich probiere es mal. Morgen soll ich offen haben. Ich glaube, morgen beginnt schon das Fischfest. Ja, aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg. Aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg. Ist der Laden noch offen? Ja, sieht sehr gut aus. Hallo. Ich brauche gutes Fischfutter, mein guter Guter. Gutes, Gutes. Also guten Köder. Süßfisch. Da ist ein kleiner Karpfen. Ist es jetzt gutes Fischfutter? Oder ist das Normales? Nichts normales Fischfutter. Hä, wie kriege ich denn das hin, dass es denn mehr Gutes gibt? Äh, Wednesday, Genoves, doch, bring, little crabs, und schwimmen. Ach so, das funktioniert nur, wenn man den Kappen und Schrimps gibt, oder was? Na toll, das habe ich jetzt nicht. Dann muss ich mit normalen Bait arbeiten. Ja, der hat noch eine halbe Stunde offen. Ach, der Baitshop. Der hat auch noch, na, okay. Verkackt. totally verkackt. Na ja, ich versuche irgendwie das Ding zu gewinnen, trotzdem. 71 Fische, oh Gott. In, äh, drei Tagen ungefähr habe ich Zeit dafür. Das wird auf jeden Fall ganz schön knapp, ein knappes Höchstil, meine lieben Freunde. und keine Sorge, ich werde das hier so ähnlich handhaben, wie bei, ähm, den Käferfangfest. Ich werde euch nicht daran teilhaben lassen, wie ich jetzt hier drei Tage lang immer nur A drücke und auf den Fisch warte. Nein, 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 keine Sorge, ich mache das, ähm, einfach ohne euch. Ich lege mich dann einfach ins Bett, mache irgendwie einen Podcast an, oder sowas, und angle im Akkord. Und wenn ich dann fertig bin, dann hole ich euch wieder dazu. Ich glaube nicht, dass das jetzt so spannend ist, mir beim Angeln zuzugucken. Bitte, also, ich finde das Angeln auch nicht so super spannend, aber hey, warum auch nicht, ne? Oh, hier sollte ich vielleicht mal was anpflanzen wieder. Upsi Daisy. Ähm, ja, machen wir gleich. Ich dünge hier oben noch. Das darf ich natürlich nicht vergessen. Das ist super, duper, mega, duper wichtig. Ähm, wo ist der Dünger? Da ist der Dünger. So. Wenn ich am Ende wieder bei dem Erntefest Chancen habe. So. Perfekt. Äh, ja, was mache ich denn mit meiner persönlichen Zeit? Ich möchte eigentlich ungern jetzt hier sein, wenn die Animationen kommen. Äh, na gut, komm, geh mal hoch. Kann ich schon mal gucken, was ich habe mit der grünen Ingwertee gemacht. Kann ich mal ein bisschen rumrühren, mittlerweile? Ich bin eigentlich schon ein bisschen süß, ne? Ich trinke immer, ich trinke immer meinen Tee ungesüßter Zeit, aber so ein bisschen süß, jetzt kann ich mir glaube ich gar nicht mal so verkehrt. Naja, das habe ich gar nicht geschafft zu kosten. Ich habe nur rumgerührt. Na gut, hier sind wir nun. Jetzt muss ich mich um alle kümmern und ich denke mal so gegen zwölf Uhr werden wir uns dann langsam zum Festplatz aufmachen. Guck mal Platz hier, Annika. Wir müssen ja alle knuddeln. So, was machen die Hühner, die kleinen Chickis? Ja, irgendwann werde ich auch noch einen Silkhun haben, dann sind die dann zu dritt. Vielleicht dann, wenn wir ein bisschen Wartezeit dann irgendwann zu viert sogar. Schauen wir mal. Chicken Treat! Tiki, 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 tiki! So. Und du auch noch. So. Hallo, Mio! Na? Alles gut? Also ein bisschen mal so das Tier hochnehmen und streicheln, das kriege ich auch noch hin. So. Futter, Futter. Weikate Mist. Nein, sieht eigentlich alles soweit ganz gut aus hier. Trotzdem. hier drinnen Futter verteilen, falls sie Hunger haben. Und draußen natürlich. Ich weiß, die drinnen noch nichts gefressen haben. Nja. Nja. So. Habe ich schon nebengeworfen? Nein. Zum Glück nicht. Hätte ich falsch geraten, hätte ich es gedacht. So. Jetzt hättet ihr schön geputzt. Oh. Janik wieder voll am Verschmustsein. So. Liebe Rose. Liebe. Das ist so wie Janik rumhüpft. Das ist so niedlich. So klein und lebensfroh. Oh mein Gott. Ach, die Alpakas sind so liebenswürdig in dem Spiel. Oh mein Gott. Janik, hör auf, so rumzuhüpfen. Das ist voll niedlich. Ist er festgetackert? Der steht da einfach nur, dreht sich nochmal ein bisschen im Kreis und hüpft manchmal. Hüpf. Komm. Dreh sich nochmal rechts und hüpfe auch nochmal. Bitte tu es für mich. Oh ne, nochmal will er nicht. Man darf einen Künstler nicht zu seinem Berg drängeln. Und wenn Janik nicht hüpfen will, dann will er nicht. Und dann noch ein Schaflecker-Liefer-Jeden, der eins möchte. Bitte schön. Sehr schön. Auch mal für Lolli. Und zu guter Letzt für Kyoto. Nein. Äh, Schorn. Ach, da unten. Sitz da und ist bereit, geschoren zu werden. Na, darum kümmern wir uns jetzt natürlich auch. So, Speedy Clipper. Ach, Janik. Ganz schön anhänglich. Ich finde das lustig, dass sie am Anfang so ein bisschen Schisser sind und dann am Ende so anhänglich. Wenn alle anderen Tiere immer so, ja, mir egal. Komm, sind Alpakas so? Sind die so anhänglich? Scheiße. noch. So. Haben wir uns gekümmert? Das Pet House. Ähm. Kyoto-Knudeln. Ticker, warte auch auf mich. Ticker? Ach, da. Miau. So, schauen wir mal. Hallöle, Hallöle. Ja, Futter bräuchert ihr auch mal wieder, meine Süßen. Ich hoffe, ihr habt nicht alle heute was zu essen. Ich befürchte, aber nein. Doch, nur Ticker nicht. Ha. Warte mal. Uh, schon eineinhalb Herzen. Wenn das weitergeht, können wir Ticker wieder verkaufen. Dann machen die dann genug, dass wir wieder noch die beiden brauchen. Na, gucken wir mal. Hm, so. Ich gucke jetzt erst mal rüber auf meinen östlichen Farmteil. Alter, wie die Hühner sich hier verteilen. Äh, vielleicht muss ich auch wieder was Neues anpflanzen. Deswegen, dann würde ich dann vielleicht nur einmal in die Makershed gehen. Schauen wir mal. Ähm, nee, das sieht alles noch nicht so ausgewachsen aus. Okay. Na, dann schubs ich mal den großen Stein. Und gucke, ob ich schon ein Stück, einen Schluck Tee trinken kann. Hm, schmeckt nach nichts. Der Tee-Geschmack. Irgendwie da Ingwer, der ist so, vom Geschmack her nicht so intensiv. Man muss den wirklich auch dünn schneiden, um was zu merken. Ebenfalls bei meinem Ingwer. Ich glaube, vielleicht liegt es daran, dass er nicht mal ganz frisch ist. Ich kann es euch nicht sagen. So. Uh. Na, Äpfelchen wollen die auch mal vom Bäumelein fallen. Ich hoffe es. So. So. Ist klar. Und ich würde sagen, wir gehen bald auf zum Dorfplatz. Es ist noch knapp eine Stunde. Es dauert noch einen Moment, aber ich muss eben noch ein bisschen was aussehen. Aber ich denke mal, das passt zeitlich alles ganz gut. Die Frage ist, was möchte ich denn jetzt hier noch so gerne pflanzen? Ich würde sagen, Nadechiko oder Weißerosen. Oder Geberra. Oh, Geberra. Was soll es? Wiu, 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 wiu. Bling, plang, ploing. Sehr schön. Gleich aussehen und freuen. Okay. La, 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 la. Ich überlege gerade generell, was wir noch alles machen können. Habe ich jetzt eigentlich nur zwei gemacht. Bin ich doof? Übrigens, guck mal, ich habe jetzt zweimal Erdbeersaat. Ich habe nochmal bekommen von der einen. Ich war ja jetzt ein paar Mal in dem fernöstlichen Land. Es gab nicht immer unbedingt das, was ich wollte. Also Bambus. Ich habe glaube ich nur einmal so ein bisschen Bambus bekommen. Ich war auch der festen Überzeugung, dass ich genug Bambus habe. Aber es hat anscheinend nichts geholfen. Dieser feste Glaube. Vielleicht habe ich Außersehen das Spiegel. Das Spiel irgendwie nicht gespeichert habe ich ja nicht. Sonst hätte ich ja das Geld nicht verloren. Ich wäre gestern da wirklich nochmal hingefahren, hingeflogen. Aber ich hatte nur noch so 13.000. Das ist halt eben 50.000. Das ist schon sehr viel. Wird da einmal hinfliegen. Das ist schon übel. Aber naja. Was will man machen? So. Da, da, da. Da, da, da. Sehr schön. Booty. Dann machen wir uns mal auf den Festplatz. Auf den Weg zum Festplatz. Auf dem Festplatz. Flat, da, da. Dattler-Platz-Platz-Platz-Platz-Platz-Platzen-Weg. Ist richtig da. Der Festplatz. So. La, 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 la. Okay. Ja, hier bei Michelle ist auch noch nicht die Freundschaft Kokos, die er schon integriert hat. Das glaube ich auch noch nicht. Hallo, Daniel. Ja, ich möchte mit dem Fischfest starten und mich anmelden. Natürlich. Hallo. Nun beginnen wir mit dem Fischfest. Und zwar mit der Eröffnungszeremonie. Juhu. Ähm, ja, die Regeln sind simpel. Wer immer den meisten Fisch sammelt, vom Anfang bis zum Ende, also von jetzt, wenn es gleich anfängt, bis zur Bekanntgabe der Ergebnisse wird der Gewinner sein. Ähm, bitte beachtet, dass erhaltene Geschenke, Fisch, der über, ähm, Reusen gefangen wurde, und alles, was kein Fisch ist und gefangen wurde, nicht, ähm, zählt für den Sieg. Ähm, okay, wir bekommen als Gewinn Pfirsichgelee und Beginner Recipes Number 5, also Beginner Rezepte Nummer 5. Äh, okay, und eine Blueprint für Red Flower Arc. Dann bin ich mal gespannt. Ich möchte die Beginner Recipes haben. Ich weiß noch nicht, was da alles genau drin ist, aber, ja, ich will es haben. Ich gucke mal ein paar Festival Prizes. Doria, Mushroom Rice and Red Ice Bowl. Okay. Doria, ich weiß nicht genau, was das jetzt nochmal war. Das ist, glaube ich, ein Eigenname von Gerächt. Voll ein Gerächt. In einem Gericht, dann Pilzreis und Ei-Reis-Schüssel. Was übrigens sehr lecker ist, so, ne, also so Ei auf Reis. Habe ich in Japan gegessen, ne? Ganz simples Gericht und es schmeckt mega geil. Es ist unbelievable. So, dann, ähm, wollte ich sagen, wir machen uns mal direkt auf den Weg. Wir haben es jetzt in 4 Uhr abends. Ähm, ich denke, das ist eine ganz mal so schlechte Idee, wenn ich mir mal ein bisschen aufräume. Nö, ist okay. Dann wird das jetzt noch ein bisschen was kochen. Es gibt irgendwie auch später so Tränke hier in dem Spiel. Unter anderem jetzt zum Beispiel auch, ja, Tränke, die, äh, meine Fischfähigkeit verbessern. Ja, gut, das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Nur das Problem ist, das habe ich halt auch noch nicht momentan. Und aufgrund dessen müssen wir versuchen, dass wir so auch wieder vom vorwärts kommen. So. Ich mache es am besten so. Ich tue mal die ganzen Fisch-Sachen jetzt hier mal in in den Kühlschrank, dass ich eine bessere Übersicht darüber habe, wie viele Fische schon gefangen habe. 71 Fische muss ich fangen. Das ist verdammt, 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 verdammt viel. Ich weiß nicht, wie ich auf so eine absolut utopisch enorme Zahl kommen soll. Aber drückt mir die Daumen. Ähm, ich werde euch dann wieder am letzten Tag dazu, oder sobald ich mein Ziel erreicht habe. ich denke mal, das wird wirklich erst am letzten Tag dann der Fall sein, weil 71 Fische ist schon viel. Naja, gucken wir mal. Ich werde jetzt ja auch nichts aus dem Reusen rausnehmen, ganz einfach aus dem Grund, damit ich so den Überblick nicht verliere, wie viele schon gefangen habe. Ich werde ganz starr wirklich nur hier stehen und angeln. Also keine Sorge, ihr werdet absolut nichts Spannendes verpassen. Fischfood. Doch, gut. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen und möge für mich jedenfalls jetzt das Angeln beginnen. Das wird jetzt sehr langwierig. Huiuiuiuiui. Dann bis zum nächsten Mal. Bye.